Hey Kameramagier, ich habe meine Callout-Titel geupdatet und die haben jetzt zum Beispiel eine Master-Animations-Kontrolle, die ich dir in einem späteren Video zeige, wie man die macht. Die ist super cool, weil damit kannst du nämlich bestimmen, ob du überhaupt eine Ein-Animation haben willst, wie schnell diese Ein-Animation sein soll und ob du eine Aus-Animation haben willst oder nicht und natürlich auch, wie schnell die sein soll. Wir gucken uns das mal an, starten wir allerdings mal mit der Installation. In dem SIP-File, was du dir runtergeladen hast, findest du dann einen Ordner und die DRFX-Datei. Die klickst du einfach doppelt drauf, damit installiert es dir alle deine Titles, also die 6, die du auf der Webseite siehst. Du hast allerdings noch mehr Callout-Titles, falls du selber noch ein bisschen rumbasteln willst, habe ich hier sowohl für DaVinci Resolve 16 als auch DaVinci Resolve 17 alle Titles, die vorher drin waren, drin behalten. Zum Beispiel den Bubble-Callout, den habe ich nicht geupdatet, weil ich den nicht so spannend fand, aber da kannst du gerne mal reinschauen. Okay, nachdem du das Ding jetzt installiert hast, kannst du einfach deine Effect-Library aufmachen, in die Titles gehen und dort nach Callout suchen oder nach Call. Da findest du den Standard-Callout von DaVinci Resolve. Aber dann findest du auch hier den Big-Plus, die Arrow, den Round, die Speech-Bubble und den Responsive-Callout und den Travel-Style-Callout. Und die kannst du alle direkt von der Edit-Page aus benutzen. Angenommen, ich möchte hier eine Sprechblase einfügen, ziehe ich einfach den Speech-Bubble drauf. Die Callouts sind im Groben gleich aufgebaut. Wenn du dir den Inspector aufmachst, kannst du dir den Title anpassen. Du findest also zum Beispiel den Punkt, wo das Ganze hinzeigen soll. Du findest auch den Punkt, wo das Ganze enden soll, also den Endpunkt. Und in dem Speech-Bubble-File kannst du zum Beispiel sagen, okay, wo, wie rum soll das Ganze geschrieben werden? Soll es jetzt links, soll das rechts sein? So kannst du das einfach adjusten. Und du kannst natürlich auch die Size anpassen. Und so würdest du vorgehen, um das Ding dann dahin zu schieben, wo du es haben willst. Du kannst dann natürlich auch noch den Text ändern und hier oben die Farbe. Und das ist jetzt das Coole, das Timing. Okay, du hast hier einen Graph und wie funktioniert der? X, also diese ist die gesamte Zeit. Also von hier nach da ist X. Und es hat Mirror an, bedeutet die Animation kommt rein und geht auch genauso wieder raus. Du musst dir vorstellen, das spielt es ab und dann am Ende rückwärts. Und das ist das, was diese Ein- und Ausanimation macht. Du siehst, es animiert wieder ab. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist mir zu langsam, ich will das schneller haben, dann greifst du einfach diesen Punkt und ziehst ihn in X nach vorne. Und damit wird deine Einanimation schneller. Möchtest du das am Ende nicht ausanimieren lassen, nimmst du einfach Mirror raus. Damit kommt das rein und geht am Ende auch nicht wieder weg. Und für statische Aufnahmen kannst du das super machen. Einfach einen Callout-Title draufziehen, so lange verlängern, wie du es haben willst, das Timing anpassen und was auch sonst noch ist. Übrigens, wenn du hier oben auf Fusion gehst oder mit dem Ding selected in Fusion selber, kannst du dir direkt angucken, wie die gestaltet sind. Also Doppelklick drauf und ich habe zu vielen Anmerkungen gemacht, was ich hier gemacht habe. Aber das, was Callouts ja so besonders macht, ist ja eigentlich das Tracken. Und wie das geht, das gucken wir uns jetzt an. Angenommen, ich möchte hier diesen Point tracken, dann gehe ich in Fusion in den Clip. Und hier suche ich mir mit Shift-Space eine Tracker-Node heraus, verbinde das in den orangenen Pfeil des Trackers und kann mir das jetzt anzeigen lassen. Ich habe jetzt hier so einen grünen Punkt, platziere den da, wo ich ihn haben will und klicke dann hier oben einmal auf Track Forward. Und wenn es bei dir in der Mitte angefangen hat mit Tracken, dann gehst du einfach zu dem Frame, der noch nicht getrackt ist und klickst dann einfach Track Reverse und damit sammelt er die Daten. Diese Daten sind jetzt in X- und Y-Koordinaten geschrieben und die können wir jetzt nutzen, um unseren Callout-Title zu nehmen. Und hier in Fusion suchst du dir dann ganz einfach unter den Templates nach Callout. Angenommen, ich möchte hier diesen großen Big-Plus-Callout-Title nehmen, dann ziehe ich das ganz einfach rein, suche mir dann eine Merge-Node hier raus und lasse sie einfach auf der Linie fallen. Damit ist der Background, also der orangenen Pfeil der Merge von unserem Media-In und unseren Callout können wir ganz einfach hier in den grünen Pfeil verbinden. Wenn wir jetzt unser Media-Out angucken, dann sehen wir, wenn wir in die Mitte gehen, unseren Callout-Title. Und wenn wir jetzt unseren Startpunkt an den Tracker hier drüben binden wollen, dann machen wir folgendes. Wir klicken einmal auf diese Node-Gruppe und bei Start klicken wir mit Rechtsklick drauf, Connect To und jetzt Tracker Path Position. Bam! Und damit springt unser Punkt dahin, wo wir ihn haben wollen und in diesem Tracker könnte ich und in diesem Callout könnte ich sogar sagen, okay, mach mir einen Ring aus dem Ding. Ich nehme einfach den Endpunkt und schiebe den ein bisschen zur Seite und wenn ich diese Position von den Texten hier ändern will, dann gehe ich einfach hier rein und schiebe die an die Seite. Und diese sind alle an diesen Endpunkt gekoppelt, also die bewegen sich immer mit diesem Endpunkt mit und dieser Endpunkt in diesem Title hat eine Wiggle Expression drauf oder eher ein Pterb Modifier, wenn du mal reinguckst, in dem du sagen kannst, yo, ich möchte, dass sich das Ding die ganze Zeit leicht mitbewegt. Und damit schaffe ich es, diesen Callout quasi diesen Punkt nachverfolgen zu lassen. Bisher war es ziemlich schwierig, zwei Callouts in eine Komposition zu packen. Das ist jetzt allerdings mit der Master Animation Control ziemlich easy. Ich zeige dir, wie es geht. Wir haben hier unseren Clip mit unseren netten Herren. Da gehe ich jetzt in Fusion rein und möchte mir jetzt hier auch erstmal Trackpunkte suchen. Also mit Shift Space suche ich mir einen Tracker raus, verbinde den hier einfach lose mit. Und hole mir jetzt hier noch einen weiteren Trackpunkt. So, ich möchte hier zum Beispiel die Lampe tracken und ich möchte zum Beispiel hier diese Buchkante tracken. Dann tracke ich die erstmal, track forward. Okay, nachdem ich die jetzt getrackt habe, suche ich mir meine Callout Titles. Zuerst droppe ich hier erstmal zwei Merge Nodes rein und lasse mir eine anzeigen. Dann suche ich mir aus meiner Effekt Library in den Templates wieder Callouts. Und kann mir jetzt hier zum Beispiel diesen Round Callout einfügen und den hier mir anzeigen lassen. Jetzt möchte ich den zum Beispiel hier an das Buch binden. Und mein Buch war Tracker 2. Das siehst du, hier steht Tracker 2. Den kann ich ein- und ausmachen, dann siehst du ihn auch. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier auf meinen Callout Title und unter Start Point sage ich mit Rechtsklick Connect to und dann Tracker 2 Path Position. Und damit springt der Pfeil dahin, wo ich das Ding getrackt habe. Und wenn der Pointer noch nicht ganz an der Position ist, wo du ihn hinhaben willst, kannst du einmal in den Modifier gehen. Und hier unter Center bei dem Tracker 2 Path Position einfach dahin schieben, wo du es haben willst. Zurück in den Tools kann ich das wieder woanders hinschieben und könnte jetzt natürlich auch noch die Seiten tauschen. Viele von den Callouts haben meistens einen Switch zum Seitentauschen. Aber nicht alle. Gucken wir uns mal hier diesen an. Okay, aber damit das schneller im Bearbeiten ist, deaktiviere ich erstmal diese Nodes Steuerung P. Und dann gucke ich mir den hier an. Okay, der Slanted Callout Title ist so ein bisschen frickelig. Und das liegt einfach an Fusion, wie schrägen berechnet werden. Deswegen, wenn ich hier was eintragen will, dann ist auf einmal irgendwie mein Text weg. Und das liegt daran, dass er rechnerisch irgendwie hier unten ist, während meine Textbox irgendwo woanders ist. Und dafür gibt es hier diese Switch Correction, an der du einfach hin und her ziehen kannst, damit das auch wieder an der richtigen Stelle ist. Okay, den Text ziehe ich mir jetzt zum Beispiel hier rüber und möchte auch hier die Seiten tauschen. Du siehst, damit ist es wieder alles, was ich gemacht habe, irgendwie komisch. Deswegen würde ich dir empfehlen, zuerst den Text einzustellen und dann wieder Mask Off rauszunehmen. Weil Mask Off zeigt ja immer den Text an, aber deaktiviert quasi die Einanimation für den Text. Jetzt möchte ich natürlich wieder meinen Pointer wieder zu meiner Lampe gucken lassen. Und da klicke ich einfach wieder mit Rechtsklick drauf. Connect To. Und dann habe ich hier Tracker 1 Position. So, damit habe ich jetzt zwei Callouts, die quasi gleichzeitig zur selben Zeit reinkommen und auch fertig werden. Wie kann ich jetzt die Zeit offsetten? Okay, angenommen der hier drüben mit der Lampe, der soll von Anfang an schon dastehen und keine Animation haben. Da klicke ich auf diese Gruppe drauf, gehe in das Timing und ihr erinnert euch, 0 in Y ist noch nicht animiert und 1 nach oben ist fertig animiert. Ich kann also jetzt hier diesen Punkt bei 0,0 nehmen und einfach auf 0,1 umändern. Und damit hat er gar keine Einanimation, ist also schon seit Anfang an da. Angenommen wir möchten jetzt für den zweiten eine Custom Animation machen. Dann können wir hier Mirror rausnehmen und können jetzt genauso vorgehen, von wegen 0 ist nicht animiert, 1 ist fertig animiert. Ich kann also zum Beispiel sagen, ich setze mich hier einen Punkt, können bei 15%, also 0,5, den auf 0 setzen, bedeutet erst nach 15% meiner Gesamtzeit fängt er jetzt an zu animieren. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, hier nach 75%, also 0,75, da fange an auszuanimieren, das bedeutet ich setze einen Punkt bei 0,75 und setze dann bei 1 wieder ein auf 0. Und damit habe ich ein Offset am Anfang, dann ein stehendes Element und dann animiert er wieder aus. Und somit kannst du mit der Master Time Control mehrere Callouts in einer Komposition benutzen. Aber aufpassen, das kann ziemlich rechenintensiv werden. Und deswegen würde ich dir empfehlen, danach den Clip zu duplizieren und mit Rechtsklick Render in Place dir das Ganze vorrendern zu lassen. So, das sind gratis Callout Titles und wenn du noch mehr gratis Presets haben willst, dann schau mal hier. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ciao. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. ık